Woher haben Sie die? Iris hat die Dr. Leif weg geschossen, als sie Linda angegriffen hat. Sie wollen die Maske benutzen, um Leid zu finden? Ja, das will ich. Und wir müssen sie dazu. Ihm geben. Wieso mir? Weil sie Kräfte besitzen. Was meinen Sie damit? Ich hab diese Uhr entwickelt, um Meta-Wesen aufzuspüren. Sie hatten keinen Alarm auf Ihrem Handy. Dass Sie den Starlab-Satelliten umprogrammiert haben, ist nicht wahr. Aus folgendem Grund. Er ist ein Meta-Wesen.